Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr bereits wisst, mein Name ist Bobby und heute möchte ich euch gerne den Screwdriver vorstellen. Der Screwdriver ist ein Longdrink in einem Highvolt Glas, der mit Eiswürfeln einfach nur aufgebaut wird. Er besteht aus Wodka, Orangensaft und Eiswürfel dementsprechend. Der Screwdriver wurde damals als Vorläufer der Orange Blossom genannt und mit Chin hergestellt. Es war in dieser amerikanischen Alkoholprohibitionszeit, wo man den Chin noch zu Hause destillierte und kaum genießbar war. Und den mischte man dann einfach mit Orangensaft. Später, als der Wodka dann popular wurde, mischte man ihn statt mit Chin mit Wodka. Man nennt ihn auch einfach Wodka-O oder Wodka-Orangensaft. Screwdriver heißt auf Deutsch übersetzt Schraubenzieher. Der Name kommt daher, weil man früher Orangensaft in Dosen erhalten hat. Und demnach mit einem Schraubenzieher sozusagen die Dose geknackt hat und bei dem Namen Screwdriver dann hängen blieb. Heute mixen wir das Ganze einfach mal. Und zwar nehme ich da die Eiswürfel dazu in ein Highvolt Glas. Das Mischverhältnis ist 3 zu 1 oder 2 zu 1. Das bedeutet, ich nehme ein Teil Wodka, ca. 4cl und fülle das Glas mit Orangensaft. Somit haben wir dann ca. 3 Teile Orangensaft, ein Teil Wodka, einen Strohhalm in das Glas geben, kurz umgerührt und fertig. Ist unser Screwdriver. So, dann werden wir das Ganze mal probieren. Ich wünsche zum Wohl. Einmal frei. Genau der Cocktail, den ich heute gebrauchen kann. Sehr geil. Also, ziemlich schnell gemacht. Schmeckt gut. Ja, taugt mir sehr gut. Ich bedanke mich herzlich herzlich fürs Anschauen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr ihn noch immer noch nicht abonniert habt, mir ein Like da lasst und freue mich auf nächste Woche Freitag euch beim neuen Video begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. bis zum nächsten Mal. Super. Bis zum nächsten Mal. R fuera. Bis zum nächsten Mal. Nach��кт Sang von den Ar wasn't холод mov mit Curry. Bis zum nächsten Mal.